Bist du bereit für ein kleines Experiment? Klingt merkwürdig? Okay, ich erkläre dir, was ich vorhabe. Diese Handy- oder Smartphone-Meditation lässt sich ganz wunderbar in unseren Alltag integrieren. Immer dann, wenn heute dein Handy klingelt und du das Gespräch wie selbstverständlich annehmen möchtest, halte kurz inne, atme tief ein, also etwa so, ring, 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 ring und dann einatmen und schnell wieder aus und prüfe, wie es dir in diesem Moment geht. Halte also kurz inne und verschiebe den Anruf für diese wenigen Sekunden. Nimm den Augenblick und dein körperliches Empfinden in diesem Moment ganz bewusst wahr. Fühle diesen kurzen Moment in deinen Körper hinein und geh auf eine Reise durch deinen Körper. Spür dich kurz von den Zehenspitzen bis zu den Haaren. Wie fühlt es sich an? Leicht, schwer oder angespannt? Halte dieses Klingeln also ganz bewusst aus und gönn dir diese Phase der kurzen Bewusstheit. Und danach kannst du gerne rangehen. Na, ist das nicht eine wundervolle Übung für mehr Achtsamkeit im Alltag?